ich bin aktuell im auto unterwegs wie unschmerz zu erkennen ist ich habe mich mal ganz 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 fix bei euch bedanken ihr seid super vielen dank für die ables vielen dank für die likes vielen dank für die kommentare ich werde das alles noch irgendwie versuchen zu antworten ich habe schon ein teil beantwortet aber ja es ist ungewohnt viel und nichtsdestotrotz viel 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 vielen dank außerdem möchte ich euch ganz schnell erinnern wir sind mittwochs auch auf facebook vertreten mittwochs abends 20 live stream sind wir vertreten können reinschauen in unserem projekt farma drama ja die anderen projekte habt ihr schon alle entdeckt und ich sage vielen vielen herzlichen dank also ich hoffe dass das so bleibt und weitergeht ich freue mich natürlich dass es euch gefällt und auch vielen dank für denjenigen der gesagt hatte ich sehe doch ganz gut aus wie mein alter da muss ich aber sagen das kompliment wo ich meine frau weil die ist dafür zuständig ja ansonsten vielen dank vielen vielen dank außerdem ganz wichtig wollte ich noch danken dem frisi weil frisi hat erst ermöglicht dass ich mit ihm aufnehmen und dadurch haben die meisten mich erst oder uns erst überhaupt entdeckt ja vielen dank frisi vielen 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 dank vielen dank auch im namen meines teams ihr seid echt super willkommen in der chaos crew und wir rocken das bis dahin haut rein ciao